Hallo und herzlich willkommen zu SkyWi's Minecraft Survival Folge 325 Und seit 2 Monaten habe ich wirklich nichts mehr gemacht Ich habe mal gleich drückt von Folge 2 Ich muss es wieder etwas zurecht finden Die Welt bleibt nicht mehr von mir Schaut was wir im Inventar haben Binli, ich glaube ich muss Binli fütteln Da Schöne ich noch eins Schöne ich Angst Böck Böck Was ist das? So, make your horse. Ui. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Okay. Okay. Au. Jetzt kommt er runter. Nein, den wollte ich nicht treffen. Ich komme weg. Au, ich greife mich an. Hilfe. Moment. Ich bin hier. Ui, Glück. Ich kann. Jetzt sind sie aber nicht mehr sauer. Hm. 30 fps. Hm. Vielleicht noch ein wenig zu viele Beine da. Und sind sie sauer? Nein. Nein. Gut. Äh, 325 haben wir gesagt. Die Folge. Hm. Hm. Die müssen wir eigentlich nicht vermehren. Von denen hat es schon genug. Äh. 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 Die Frage ist jetzt nochmal. Wie werden wir die wieder los? Für was habe ich die auch gebraucht? Für Honigwaben? Brauchen wir die immer noch? Ja. Ja, wieso nicht, he? Warten wir uns mal ein Feuerchen haben, he? Ja. 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 Äh, das ist doch? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 So Bloop, bloop, bloop I'm a lovely No, it's so being little No, it's so being little So 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 Okay, wir haben alle. Gut, was wir so als Erneuerungen haben, ist natürlich wieder eine Zeit vergangen. 1.16.4, da habe ich wieder Forge installiert für den Ambient Sound. Und ja, natürlich Optifine und immer noch den Ring Shader, wie heisst er? Usher Video Shader Projekt Luma und als Ressource Pack haben wir das Chroma Hills. Ups, ich habe doch nochmal OK gedrückt. Die Ambient Sound habe ich noch irgendwie einen zusätzlichen Mod. Warte, da sieht man den. Bei Mods. Uuuuuh, he 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 he. OK, sieht man glaube der hier nicht. Die hat noch irgendeinen Zusatz Mod gebraucht. Aber nur für den Sound. Kommand Mod oder sowas. Aber ich brauche ja das nochmal für den Sound. Gut. Ähm. Was wollten wir machen? Mal abgesehen vom... Ah, ich weiss noch. Ich glaube wir versorgen mal das alles. Blümli, da sieht nach Blümli aus. Da hat es doch Blümli drin. So. Da haben wir das Honig Zeug, damit wir einfach ein Honighaus machen. Auf das habe ich eben zu wenig Waben. Ich würde es nochmal umlaufen. Ich würde es nochmal auflaufen. Ist es schon Zeit? Ja. So. 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 Gut. Atmen wir machen den Honigau. Hier. So. Das sieht ja fast wie Honig aus. Jetzt brauchen wir auch noch Honig und das und das. Das zieht es eher nicht. Da nehmen wir auch mal mit. Das ist Gemüse. Das Gemüse zieht es dann mal kompostieren. Die Eisen gehen runter. Ich glaube hier rein. Hier. Oh. Keine Eisen mehr. Ja. Die Wägelchen kommen hoch. So. So. Gut. Dann habe ich noch vor. Mal abgesehen vom Ende. Ähm. Noch etwas bei den Dingen hier hinten zu machen. Bei der Blümchen Farm. Und zwar eine Knochenmehl Farm. Also eine Kaktus Farm. Warten wir dann automatisch. Warten wir brauchen Trichter. Und Trichter haben wir vielleicht. Zwei Trichter brauchen wir. Zwei Trichter brauchen wir. Also wenn wir Kaktus farmen. Kommt sie in Kompost. Und dann aber zwei Trichter brauchen wir. Zwei Trichter. Mal schauen. Wenn wir die noch haben. Was haben wir hier? Die Trichter. Null. Hm. Okay. Dann müssen wir glaube ich hier mal rein. Sag nicht. Nehmen wir mal mit. Dann können wir noch etwas Gleiser holen. Da hat es noch. Nein. Nein. Eisenmine. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. In diesem Spiel. Minecraft, komm rein. Was brauchen wir? Haufen Fackle. Vielleicht noch etwas Deck. Das Essen haben wir noch genug. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich rüber. Brauchen wir eine mit Glück. Nicht unbedingt. Äh. Pückel. Das ist doch ein guter. Bitte sollten wir genug Eisen haben. Für einen. Für einen zweiten Trichter. Jetzt fahren wir mit dem Wägelchen hinein. Ja. Ich möchte gerne zu der Mine. Schau, ob das noch funktioniert. Wir laufen hier. Genau. Wir laufen hier. Wir laufen hier. Wir fahren hier. Wir fahren hier. Schauen wir mal, ob ich noch etwas Slime mitnehmen könnte. Oh, sie waren vorher schon dort. So, bitte spawnen. Muss ich wegschauen. Und, kommen wir... Nicht, nach der Welt. Farmwitter. Musik 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 So, oh. Dann machen wir uns mal ein wenig gesprengt hier. Hier ist es zum Teil ein wenig zu dunkel, dann haben wir TNT rumgespielt. Ah, da hat es ja Riesen. Tipptopp. Schauen wir, ob es nichts spawnt. So, wir haben zwölf Eisen. Das reicht für zwei Trichter. Das wird also schon länger. Wir wollen jetzt schon hier unten sein. Wir machen mal einen Gang. Einer meiner Spezialgänge. Wie ist das so? Ah, da habe ich einfach aufgehört. Oder so. Hier die Spezialgänge. Wie hoch sind die? Fünf, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf hoch. Fünf hoch. Fünf hoch. Wie ging es hier? Zwei. Jetzt pluppert aber schön hier. Der ist nicht da, oder? Ah, wahrscheinlich in der Nähe. Was? Ich muss gerade hier nebenan sein, irgendwo. Wo hat es Eisen? Äh... Vielleicht? Sehr gut. Kannst du aufhören? Oh, ja. Sieht nicht? Ja, ja. Ich schadiere mit dem einen Schrauber für den Schrauber. Hör auf! Jäuber, jetzt ein Schrauber, geliebung. Ich habe alle Schritte gefunden. Untertitelung. BR 2018 Das ist sehr gut. Untertitelung. BR 2018 Jetzt können wir nicht mehr mit dem Eisen tun. So. Das ist jetzt so langsam gewesen. Mit Eisen. Gut. Ja, da könnte man es auf der Menge her. Können wir heute zurück. Ich habe zwar noch nicht Salz so weit gepudelt hier in diesem Gang. Ich muss da noch etwas graben. Vielleicht noch eine mehr. Okay. Spiridmots. Ja, bräuchten wir noch mal. So. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Gut. Dann nehmen wir wieder das Taxi zurück. Schau. Was haben wir hier noch drin. Und hier. Wägeri. Okay. Okay. Fast ein Deck reisen. So einfach so. Husch husch. Ist gut gegangen. Kann ich mal. Ich fahre noch mit der Slime-Lurke geschneid. Ich fahre noch mit der Slime-Lurke geschneid. Scheiß. No. Verif'n es ist glaube ich, es ist nicht gerade fertig. Das war jetzt überrascht. Ich bin 자연 tultier in K disabilities-Lbul vfall. Oh ich binulp Pvd. Oh ich bin Forgetbessbih. Oh ich bin Bref, das ist scheiß�� nie so gut. Und Color aufhören. Just drinnen. Ja. Schrockenbee. Unter quarantine. Okay. Stopp hat funktioniert, aber Schleim hat nicht funktioniert. Ich könnte ein wenig rundherum laufen. Ah, es hat einer gegeben, sehr gut. Oh, tschüss. Jetzt müssen wir noch runterfallen. Auf was für einer Kante hält er sich denn da? Bitte. Bitte. Sitt weg. Direkt ihm auch ein wenig. Ha, er läuft gut durch. Ja. 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 Ja genau. Sehr gut. Ja. Tipptopp. Aber ich nehme einen anderen Weg. Vowo, ich nehme den Weg. Wah, 6 тебя. Gutvite, gut. Ich gehe ein Wegen rein. Wiederholen. Kommt noch einer? Nicht, vielleicht. Neu. Das hält nicht. Na gut. Die Strecke ist bei der Handlung. Die Strecke wird wohl beter. Der Ort ist schön. Das wird so, dass die Strecke nicht nach der Strifte liegen. Schmerzen Sie das, als Sie auf dem Weg leben. Die Strecke wird ein Imbal und in die Strecke werde. Die Strecke werden heute über den Tag verleimt. Der Gathaus wird gezwung. Der Schutz des Strecke ist wissen, die Strecke ist sicher. ähm, ja, ich gehe, ich würde gerne hier hin, dort drüber das haben sie immer noch nicht gefext, oder? Ich glaube, wir töten die Wägelchen einfach da hin, also ihr braucht noch einen Hopper Eintrichter Hä? Was fehlt da noch? Ah, ein Eisen, Mann, dass er noch Eisen macht So lange habe ich schon im Minecraft gespielt Was ich das nicht mehr weiss Ähm, Redstone und Slime Das kommt natürlich hier rein Oh, da haben wir aber nicht mehr viel Da haben wir die versorgte Grünzeug rüber Ich werde schon mal hier rein schauen Wenn es schon hier um eine Ecke ist Nö 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 Oh, Cookies Nö Moment So Gut, was braucht man noch für einen Kaktuspfarrer? Natürlich Kaktus So Jetzt haben wir schon hier Ich habe die Hälfte gegeben Einer Ich werde noch ein bisschen mehr Ähm, die kann ich auf der Höhe von einem abschneiden, glaube ich Und habe nichts mehr Und habe nichts mehr Gut, doch Fünf Ich weiss auch nicht, wie gross das ich mache Ich glaube nicht so gross Oh Einer, zwanzig, was langt längst Also Dann Jetzt habe ich noch ein Stück gegeben So Wir haben Kaktus Da brauchen wir noch Wasser Haben wir Äh Und äh Äh Ein Ding Gartenhaken Haag 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 Vielleicht hier noch etwas Nö, wir könnten aber maten Du hört es doch noch Quelchen Ja Wir sind hier nicht so weit weg Dann trinkt er noch einen zweiten und der Komposter. Genau, den Komposter benötigt man einen Komposter. Den macht man gar nicht Hegel wie mit Holz. Oder mit Flachen. Flachen oder so. So etwas. Das meint unser schlaue Buch. Komposter. Genau. Und ein Trichter. Also etwas sammelt es ein. Das geht in die Trichter. Das geht hier rein. Dann geht es wieder raus. Wie es reicht. Alles was wir nicht brauchen hier rein. Ja. Das tun wir dann zurück. So. Ähm. Ich glaube noch etwas Dekarten wäre nicht schlecht. Also die Kekse mache ich nicht wirklich satt. Hier. Jetzt gehen wir mal unsere Blumenfarm anschauen. Den muss ich auch mal neu machen. Ich brauche auch ein bisschen mehr Pozzol. So ist es ein Beinchen. So. Da hätten wir ja nur Kaktus gehabt. So. Dann habe ich jetzt gerade beschlossen. Den brauchen wir nicht mehr. So. 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 Ausstands-AZ, es hat noch etwas drin. Gut. Glas, ich brauche viel Glas. Was für Glas. Okay, gehen wir hier durch. Jetzt haben wir am meisten. Am meisten haben wir nichts. Plus den machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Also, es wäre noch schön. Wir haben grüne Kaktus. Entweder durchsichtig. Oder auch grün. Man sieht so einen grünen Ding an. Ganz schön schön. Was ist das? Leim. Helldum. Also, ich brauche gerne eine hellgrüne Farbe. Leim. Und rauf fahren. Das müssen wir machen. Ich glaube, da habe ich mal aufgegeben. Okay. Okay. Kein Sand. Kein Glas. Nix. Und das. Mh. Mh. Zeit um zu schlafen. Jetzt gehen wir mit einer Schufel an den Strand. Mal schauen, ob wir schon eine Schufel haben. Also die Kegel, die eben nicht lange haben. So, ich muss Feuer oben machen. Wie sehen, das in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir ein Glas holen, was zu schufeln. Also, dann müssen wir hierhin stellen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.